So, einen wunderschönen guten Abend liebe Zuschauer zum jetzigen JFT Live Trading TV am 15.06. am Abend. Wir wollen auf die US-Märkte schauen und berechtigterweise uns jetzt hier mal den S&P 500 anschauen. Und zwar heute mal hier für Sie ausnahmsweise vorab als Zuschauer bzw. Betrachter des Videos hier den S&P 500 in seinem 7-Jahres-Zyklus. Das ist seit dem Ende von Bretton Woods, also seit den 70er Jahren, wo im Prinzip auch der breite Devisenmarkt wieder seinen Ursprung fand und die Wechselkurse eben wieder frei fungibel waren. Und sozusagen auch hier der S&P 500 grundsätzlich an einem übergeordneten Aufwärtstrend steckt, aber immer wieder gepaart ist. Oder dies wird natürlich immer wieder gewechselt, im Wechsel bei der Gefühle immer mal wieder durch Konsolidierung und Korrekturen unterbrochen. Und genau solche Phasen finden beim S&P 500 mit relativer Häufung im 7-Jahres-Zyklus statt, wie wir hier sehen. Wir haben hier grün diese 7-Jahres-Linien und rechts, Sie können es ja lesen, markante Hochs. Der ein oder andere Zuschauer kennt das sicherlich auch schon aus dem ein oder anderen schriftlichen Beitrag und auch dies wird gegebenenfalls diese Woche oder aber in der kommenden Woche mal thematisiert werden. Denn wir sind natürlich hier vom 7-Jahres-Zyklus, das war letztes Jahr im Herbst 2014, Sie erinnern sich vielleicht an den Oktober, da konsolidierten, schrägstrich korrigierten die Märkte schon relativ scharf und auch konsequent. Aber schlussendlich hat sich der Markt hier wieder gefangen und weiter nach oben gedreht und wir haben beim S&P eben dann wieder hoch um hoch gemacht und das Allzeithoch vielleicht noch nicht gefunden. Oder aber vielleicht doch, wir werden sehen, rein technisch wie gesagt, beziehungsweise unter dem Mantel der technischen Analyse hier in der Zyklusbeschau, sind wir hier schon relativ weit fortgeschritten von dem zykluschen 7-Jahres-Hoch. Und Sie sehen, relativ gesehen waren die Punkte immer dicht beieinander, einem Zeitraum über 9 bis 12 Monate würde ich dem Ganzen jetzt nicht geben wollen. Aber die Geschichte wird in dem Fall ja auch durchaus mal neu erfunden und somit wollen wir mal sehen, was hier möglich ist. Grundsätzlich Zyklusgefahr einer Korrektur beim S&P 500. Schauen wir kurz dazu in die Chart-Technik oder in den Chart-Verlauf. Da sahen wir in der vergangenen Woche hier diesen Test, diese Aufwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hier in der JFD 24-Stunden-Indikation. Und die Annahme war schon, weil der Markt ja relativ bullisch schien, im Sinne dessen, dass der Markt sich ja hier dann auch durchaus noch fangen könnte. Das ging auch hier um das Thema Griechenland. Da gab es hier diese Nachmittagskerze, diesen Nachmittagsausverkauf, der den Markt ja schon relativ sprunghaft nach unten führte. Grundsätzlich war die Annahme, wenn der Markt es schafft, sich hier wieder zu stabilisieren, nach oben aufzudrehen, hätte es auch wieder in Richtung 2120 und höher gehen können. Doch punktuell an dieser Linie, mitsamt den News, kann man jetzt Orakel nennen oder nicht, scheiterte jedenfalls hier der Preis auszubrechen und führte seitdem eine Korrekturbewegung fort, die natürlich auch in Europa hier immer wieder nach vorne breschte. Tatsache ist, wir sind vom aktuellen Tagestief ein Stück weit hochgekommen und notieren hier wieder im hinlänglich bekannten Zonenpreis, Schrägstech Kurs, zum Bereich um 2080. Das ist hier so ein Stück weit jetzt ein Level, an dem nicht mehr viel passieren mag. Wenn der Index sich hier nicht drüber halten kann, dann bleibt das schon seit längerem auch benannte Korrekturziel bei 2067 Punkten das nächste Level. Kommen wir per Tagesschluss jetzt doch noch ein Stück weit nach oben raus und retten uns sozusagen über 2085, 2087 Punkte, dann darf man für morgen vielleicht eine korrektive Erholungsbewegung erwarten. Aber grundsätzlich neben dem Zyklus, das war jetzt hier wirklich das ganz große Bild, grundsätzlich haben wir hier jetzt die Situation, dass wir an dieser Trendlinie gescheitert sind mit der Schwäche vom Freitag und mit dieser Schwäche von heute. Sieht der Index nicht gerade gut aus und temporäre Erholung, meinetwegen auch ein Gap Close, dürften jetzt hier die Situation nicht wirklich entschärfen. Es deutet sich alles, oder es deutet vielmehr alles auf weitere Verluste hin in Richtung 2067 und dann gegebenenfalls sogar noch tiefer. Denn, was sagt uns die Saisonalität, die wir uns jetzt auch gerne noch mal ins Bild nehmen, Juni an für sich schon mal relativ durchwachsen mit kurzfristigen Erholungen jetzt in den nächsten Tagen, aber dann generell relativ starker Abwärtsdruck. Das Ganze kann sich dann bis hin in den Juli auch noch ein Stück weit rausziehen, bevor dann, und da gehen wir jetzt mal auf die nächsten 40 Tage in der Vorausschau, bevor dann hier mit einem Juli-Tief das Tief des Sommers gefunden sein kann und der Markt dann wieder nach oben zieht. Aber Sie sehen hier, wir haben stürmische Zeiten vor uns. Rein saisonal sieht das nicht gut aus. Rein technisch ist der Markt hier nicht in der Lage gewesen, signifikant nach oben aufzudrehen. Und die 7-Jahres-Zyklik waren schon seit Monaten, dass es hier durchaus mal nach unten gehen könnte. Alles in allem, zur Bewertung der US-Indizes möchte ich gar keinen anderen Index heranziehen. Ich möchte vielmehr den breiten S&P 500, wie Sie ihn eben hier in seiner Erscheinung sehen, thematisieren und auch hier darstellen, dass die Märkte hier durchaus bereit sind, neue Tiefs zu machen. Daran könnte nur die Fed am Mittwoch etwas ändern, wenn hier wieder Botschaften über den Teichschwappen bzw. in Amerika auch entsprechend aufgenommen werden, dass hier die Zinsanhebungsfantasie doch nicht so konkret ist, wie sie sich jetzt denn darstellt. Denn natürlich wird nicht für morgen, Schrägstrich für Mittwoch, mit einer Zinsanhebung gerechnet, sondern vielmehr dann im Herbst. Aber wer weiß, was denn da noch für Statements in der Pressekonferenz zu hören sind. Grundsätzlich Short-Szenario meines Erachtens jetzt hier insbesondere aufgrund der jüngsten Schwäche weiter im Takt. Das alles wäre erst oberhalb von 2114 Punkten wieder zu relativieren, aber so recht scheint mich das hier alles nicht zu überzeugen. Insofern bleiben die Bären wohl oder übel im Vorteil. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein zum JFD-Devisenradar bzw. dem Live-Trading-TV-Untertags, dann auch wieder mit dem DAX. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.